Soweit die Nachrichten aus Deutschland und Europa von Radio Europa Info. Das Wetter. Was bringt es uns? Weiterhin nur örtliche Aufreiterungen, sonst starke Bewölkung und zwischendurch Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei 700 Meter schwankend. Höchstwerte im Laufe des heutigen Tages. 3 bis 7 Grad in den Kammlagen der Mittelgebirge kaum über 0 Grad. Gebietsweise gibt es Nacht dann sogar leichten Frost und es bietet ein schwacher bis mäßiger westlicher Wind. Die weiteren Aussichten bis Mittwoch. Es bleibt kalt mit Nachtfrost und der Hochdrufeinfluss. Keine Niederschläge. 95,8 MHz. Durch Radio 5 immer gut unterhalten und informiert. 95,8 MHz. Gebiets geopolitische Musik Gebiets Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wenn wir uns mal sehen, irgendwann übers Jahr Denkt sie nicht mehr daran, was geschah und was war Aber heute fehlt ihr jemand, der zu ihr hält Sonst ist morgen für sie ohne Liebe die Welt Bleib bei ihr, bleib bei ihr, bleib bei ihr Und fang mit ihr noch einmal an Bleib bei ihr, bleib bei ihr, bleib bei ihr Damit sie wieder lachen kann Bleib bei ihr, bleib bei ihr, bleib bei ihr Und fang mit ihr noch einmal an Bleib bei ihr, bleib bei ihr, bleib bei ihr Damit sie wieder lachen kann Bleib bei ihr, bleib bei ihr, bleib bei ihr Schnuggerle, du bist schon vom Stammtisch da? Schon ist gut, Monika Schau mal auf die Uhr, wie spät es schon ist Ein Mächter sieht man, wie die Zeit vergeht, wenn man schöne Beschäftigung hat Warum? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Da, schau mal, was ich heute Abend schön zusammengebracht habe Jetzt hör auf! Das hast du gemacht? Wo hast denn das ganze Zeug dazu her? Ja, von Peters Lädle natürlich Die haben doch alles, was man zum Basteln braucht Und sagenhaft günstige Preise haben sie jetzt auch Schauen sie doch auch mal vorbei Peters Lädle hat über 10.000 Angebote für das Bastlererd In Nürnberg Langwasser im Frankenzentrum, im Tiefgeschoss Und im Citycenter für Schwabacher Ebene Durchgehend für sie geöffnet Freu dich auf Frische Freu dich auf Qualität Freu dich auf schlimmer Güse Auf nette Leute von früh bis spät Freu dich auf die Angebote Die Preise, die sind da nicht Freu dich drauf, ganz groß einzukaufen Freu dich auf BIG BIG, ganz groß einkaufen Endlich, ab 7. November auch in Fürth, Königswarter Straße Radio 5, Deutschlands erste Oldie-Station Now the evening has come to a close And I've had my last dance with you Onto the empty streets we go And it might be my last chance with you So I might as well get it over The things I have to say And wait until I'm on the day You're a lady I'm a man You're supposed to understand How these things are Often planned to be You're a romantic I'm a fool You're the teacher I've come to school Here I sit And hope that you'll love me You're pure magic In my chain Nothing ventured Nothing gained So I say with No strength Be mine Be mine Hard to answer Is I great But then I've got to know I'm not asking you To marry me Just a little love To show Oh I know I could Make you happy So the things I have to say And wait until Another day You're a lady I'm a man You're supposed to Understand How these things are Often planned to be You're romantic I'm a fool You're the teacher I've come to school Here I sit And hope that you'll love me You're pure magic I love my chain Nothing ventured Nothing gained It's all I send No strength Be mine Be mine You're the lady You're the lady You're supposed to understand Peter Schellern Was würde die Herren Musiker machen Wenn es keine hübschen Mädels gäbe Den würde doch überhaupt Absolut nichts einfallen 80, 90% aller Lieder Gehen über eine hübsche Eine nette junge Dame Bestes Beispiel dafür Oh Pretty Woman Der Klassiker von Roy Orbison Hier mal Eine ganz ausgefallene Version Schellern Walking down the street Pretty Woman Kind of like to be Pretty Woman I don't believe it It can't be true No one can look at It's good as you Push that Pretty Woman Won't you follow me Pretty Woman I could not help but see Pretty Woman That you look lovely As you be By your lonely Just like me Pretty Woman Stop a while Pretty Woman Talk a while Pretty Woman Give your smile To me Pretty Woman Yeah, yeah, yeah Pretty Woman Won't you walk my way Pretty Woman Say you'll stay With me Cause I need you I'll treat you right Come with me Baby Be mine tonight I think I'll go on Holy Slate Maybe tomorrow night Maybe tomorrow night Maybe tomorrow night Maybe tomorrow night What's this I see Is she walking back to me Yeah She walking back to me Keep going back to me Powerful Run And it's Hard now Das ist Radio 5 Ihre Undiville Musik 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 Yes, I was a coventer and you were a lady Would you marry me anyway Yeah, would you have my baby Musik 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 Schöne Melodien in Notizen Jeden Tag zwischen 9 und 11 Uhr mit ihrem musikalischen Reisebegleiter Reinhard Stahlbächer Apropos Reisebegleiter, wie schaut's denn aus auf Frankens Straßen? Musik Die aktuelle Verkehrslage präsentiert Ihnen Ihr Ford Partner Autohaus Burgfarnbach 9 Uhr und gleich 38 Minuten Radio 5 Verkehrsservice Der Redaktion liegen derzeit keine Meldingen oder eventuelle Verkehrsstörungen vor Gute Fahrt wünscht Ihnen weiterhin das Autohaus Burgfarnbach Ihr Ford Partner im Westen der Stadt Fürth denn wir sind immer für Sie da So, dann wollen wir aber trotzdem ein Auge auf den Verkehr richten falls wir gerade mit dem Auto unterwegs sind denn es ist immer so schnell was passiert ohne dass man sich was Böses dabei denkt aber dafür haben wir die Ohren gespitzt für ein wunderschönes Liedchen von Paul Anker er hatte ja seinen ersten Hit bereits geschrieben im zarten Alter von 17 Jahren für eine 32-jährige Frau namens Diana weil dass ein Wunderschön ist Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben es gleich...